Wir feiern Frauenfußball auf YouTube und hier und heute auf dieser Bühne. Dicken Applaus für unsere Fußball-Nationalspielerin Merkens-Roms und Feli Rausch. Merle Frohms erneut stark beim Schuss von Blaxdinius. Schweden ist ein Top-Gegner. Ich glaube, da kann man jetzt nicht im Vorfeld erwarten, dass ich gar nichts zu tun bekomme. So viel ist klar. Müssen wir vielleicht drüber reden, dass dann einiges vorher verhindert wird. Wir ein bisschen besser verteidigen. Gibt es die Option mit aufgeben? Gibt es denn? So, die gibt es nicht. Einen dicken Applaus für unsere Fußball-Nationalspielerin Merle Frohms und Feli Rausch sowie Dr. Holger Blas vom DFG. Wir sind mehr als Fußballspielerinnen. Wir haben eine Vorbildrolle, der wir gerecht werden wollen. Unseren Sport noch zugänglicher und noch nahbar, was die Fans machen. Jawohl! Jawohl! Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.